hey und herzlich willkommen hier zurück zu minecraft wir spielen mit der einrichtung rum together ja mit mir natürlich ja willkommen zurück und so und der geile sound so genug mit der einrichtung gespielt sowie sieht das wetter aus regnerisch da lege ich mich einfach mal ins bett nein du kannst hier ist nicht nacht regnet einfach nur oder so neblig oder so mit dem schäler sieht das etwas komisch aus hätte was dagegen bin ich obwohl geht das überhaupt ja hätte was dagegen wenn ich unter der treppe mir eine tür einbau unter der treppe ja unter der treppe wo bist du denn im haus heute regnet wo ich zum haus komme da unter der treppe wo ich hinguck hatte solange du sie hier ein baust war eigentlich auch mein plan so dann kannst du das machen aber achte da drauf dass da hinten die mauer kommt vom haus dass du die nicht mit einreihe ich dachte mir eigentlich so und dann mit leitern runter das kannst du machen bevor ich jetzt runter mich würde lieber erst mal leitern organisieren sicher ist sicher sicher ist lieber wurscht und so holz ja kopf sag mal bescheid wenn du rezepte leider gefunden hast müssten so gewesen sein genau gleich komplett habe ich natürlich die rote worte schon weggebracht ja doof gelaufen das wäre dann am dümmsten hier was haben wir denn hier für eine koordinate auch zum glück habe ich die schere 63 63 jetzt wo du keine frame einbrüche mehr aus können wir wieder mehr schafe hinstellen dazu sag ich jetzt nichts nein und wo wir leider nicht an dieser stelle so das ist ja quart eingesammelt oder müsste müsste unten in der wertkiste sein dann gehe ich mir das mal klauen genau da kann man auch normale quarts blöcke draus machen oder kommt meine kiste hast du da quarts blöcke naja aber mehr quarts du hast nur den 1 27er weggenommen ah jetzt sehe ich die anderen auch jetzt muss ich schauen wegen den koordinaten das ist schlimm ohne minimap so 305 ich glaube jetzt hat er sich gemütet und rennt zu seinem telefon nein wo ist denn das nervige kabel da weißt du was ich habe erst gar kein telefon ich habe aus telefon aber das problem ist das war eine sehr sehr ja eine mir sehr sehr unbeliebte person die angerufen hat die angerufen hat dein chef nein meine werte mutter warum weshalb wieso unbeliebt ist egal so jetzt habe ich schon mal ach so da ja klar 308 sollte auch bis 310 machen wenn man gleicher ding landen will wie links so ist mir egal ich bin ja jemand der kann mit solchen sachen reagieren sprich ich brauche so was natürlich nicht rauszuschneiden auf der seite müsste eigentlich ist dann halt so dass es gekriegelt hat fertig tunnel ist schon mal fertig in dem sinne dass es ein tunnel ist oh mein gott und währenddessen habe ich noch kohle gefunden meine mutter wird jetzt wird jetzt schon gemerkt haben dass es eher nicht so passt ich meine ich bin rangegangen habe aufgelegt und dann den telefon stecker gezogen so jetzt schnell wieder zu bauen den ganzen kram ja ich dass das so scheiße aussieht platziert doch nicht immer zwei treppen auf einmal was stimmt denn mit denen warum denn nicht der computer will aber ein halt stopp ich will das nicht habe ich noch erde wo auch sechs blöcke wo du bist ja richtig reich an erde haben wir noch erde im haus genug mehr als genug gar nicht wahr so viel ist das doch gar nicht doch es ist genug erde so jetzt müssen wir nur noch warten bis das zug gewachsen ist und dann sieht man nichts mehr davon dass da man doch alle beweise vernichtet naja die zeugen muss noch schaufel nehmen zu dir marken bezüglich zeugen und so das wird dezent aufwendig aber dafür sieht das hoffentlich nachher gut aus immer noch der lichtback dachte du willst mich schon wieder ärgern für dich doch nie machen nein wer wärst du wenn du das tun würde ich glaube ich muss wirklich mal mir irgendein horror game oder so mal raus suchen und mal mit face kämpfen das machen könntest du tun ja ich finde ich finde horror games sind bei horror games passt das am besten das stimmt allerdings gerade so horror games die man wirklich neu anzockt die man nicht kennt ja müsste so gehen mit der tür die halle sieht jetzt schon ganz episch aus also die treppe zur halle zumindest so bebauter kram das und das andere stein ist der grani der andere sieht stein ist dann der bruch stein schaffe ich muss euch ernten gehen holz wo haben wir kies drin hier werden stein noch mit drin jetzt die frage der fragen schaffe schaffe nee nicht schaffe aber andere frage der fragen weine nein wie mache ich die wände hühnereier aus hühnereiern ist klar nee ich meine jetzt wirklich immer das ist w des es es Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey! Ich habe Kies gesehen, ich gehe jetzt einfach Ich wollte Flint farm Und das machst du hier an der Treppe? Ja Ich kann es auch hier rüberlegen Wenn Madame Diva wird hier Isst mal ein Stück Das ist wieder zu Diva Nein Mein Snickers ist im Kühlschrank Das geht nicht Haben wir hier? Ein Wow Jetzt habe ich vergessen, mir eine neue Rüstung zu machen Ba 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 Falsche Truhe selbst schuld hat es noch feuerstein und da ist noch fehl drin nebenbei relativ kaputte rüstung ich wusste nicht was die mülltruhe für uns sogar also habe ich jetzt zu den anderen sachen dazu gelegt ist auch richtig so weil später kann man die jahr zusammen kraften ein der rehrerin nein mir ist nicht langweilig tag bringt das ja nichts irgendwie mal monster jagen zu gehen genau mach mal was sinnvolles du hast die hühner in deiner besucherhalle ist nicht ein hühnchen gespawnt gleich machst du weiter das war das sind alles rühreier rühreier in der schale schweinchen ist nicht euer ernst treppen doch eiskalt doch ernsthaft gerade wo ich da hinten eine hexe sehe kenne ich noch die hexe kenne ich noch bevor ich das war schon bei 20 minuten ja wieder aber wenigstens die hexe noch gekillt bevor sie mich vergiftet hat na immerhin schnell nochmal was essen nur vier herzen hat es mir abgezogen doof gelaufen und zwei redstone hatte nur fallen gelassen dich hätte ich auch nicht mehr fallen gelassen naja dann würde ich mal sagen wenn wir mal den partner ja das wäre eine idee ich bin zwar gerade voll fleißig hier im bauen aber ja trotzdem deswegen würde ich sagen war es das für heute mit minecraft together und ja mit uns für diese woche von mir auch ein tschüss tschau und hey ho bye bye οι 1 1 2 1 1 1 1